Wie von euch gewünscht und von mir versprochen, gibt es jetzt das brandneue Bildeinstellungsvideo mit meinen persönlichen Einstellungen für den AGC, SC2 und G2 OLED TV auf Basis von WebOS 23 mit der Firmaversion 13.30.56 oder höher. In diesem Video präsentiere ich euch wieder meine persönlichen Bildeinstellungen. Das heißt, ihr könnt diese Bildeinstellungen für euch übernehmen, müsst ihr es aber nicht. Ihr könnt daraus auch quasi eure eigenen Bildeinstellungen produzieren und dieses Video hier als Leitfaden nutzen. Ihr solltet nur eine Sache ganz wichtig beachten. In diesem Video präsentiere ich euch normperfekte Bildeinstellungen, sodass ihr aus den TVs das Maximum an Bildperformance herausholen könnt, was mit der Out-of-the-Box-Performance möglich ist. Wenn ihr diese Bildeinstellungen jetzt für euch übernehmt und anpasst, könnt ihr das natürlich machen, aber dann bekommt ihr nicht mehr die Bildqualität, die ich in dem Testvideo quasi diagnostiziert habe und bescheinigt habe. Ein ganz, ganz wichtiges Detail. Bildeinstellungen verändern ist natürlich möglich, aber dann habt ihr quasi einen eigenen Mischmasch, nicht mehr die genaue perfekte Darstellung, die mit diesen Bildeinstellungen möglich ist. Dementsprechend habt ihr natürlich freie Hand. Ihr solltet das nur wissen. Dann habe ich noch eine ganz, ganz große und liebe Bitte an euch. Und zwar geht es mir darum, dass ihr euch die jeweiligen Kapitels, nämlich von Anfang bis Ende anschauen solltet. Ich sehe das in den Statistiken, wenn das nicht gemacht wird, was ich durchaus verstehen kann, dieses Video hier ist enorm lang, aber dann werden Fragen in die Kommentare gestellt, die natürlich dann schon in dem Video eigentlich beantwortet wurden, weil die Videos pausiert werden, nur die Einstellungen übernommen werden und dann sich gewundert wird, hey, wieso ist das denn jetzt so? So, wie gesagt, ich kann das komplett verstehen, aber für euch ist es, glaube ich, am besten und auch vor allem am interessantesten, wenn ihr euch das mal von Anfang bis Ende anschaut in den jeweiligen Kapiteln. Dieses Video ist in Kapitel aufgeteilt für die jeweiligen Bildbereiche, das heißt SDR, HDR und so weiter. Und wenn ihr jetzt SDR einstellen wollt, dann könnt ihr euch das SDR-Kapitel einfach von Anfang bis Ende anschauen und bekommt alle wichtigen Informationen. Natürlich, wenn da noch Fragen sind, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben, da sage ich auch gar nichts gegen, aber meistens sind es Fragen, die eigentlich schon in den Videos beantwortet wurden, da ich sehr detailliert da reingehe und vor allem sehr viele Tipps und Tricks gebe. Daher sehr wichtig für euch und vor allem für euch im Interesse, dass ihr euch die einzelnen Kapiteln auf jeden Fall vom Anfang bis Ende anschauen solltet. Und eine Sache habe ich tatsächlich noch und zwar geht es um das erste Kapitel. Hier ist es auch sehr wichtig zu wissen, dass ihr euch das alle komplett anschaut, denn da liefere ich Grundeinstellungen, wichtige Grundeinstellungen, die definitiv vorgenommen werden müssen, sodass die anderen Einstellungen erst überhaupt Sinn machen und die Performance überhaupt erst entfesselt werden kann. Also Kapitel 1 ist auf jeden Fall Pflicht für alle. Okay, jetzt habe ich aber genug gelabert. Wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Und wie immer steigen wir damit ein, dass ich euch präsentiere, was erwartet euch eigentlich hier in diesem Video. In diesem Video erwarten euch acht unterschiedliche Kapitel. Und wie ich gerade schon in der Einleitung erwähnt habe, ist Kapitel 1 für euch unumgänglich. Für alle TV-Besitzer, die diese Einstellung hier übernehmen wollen, jeweils für LG, CS, CS, C2 und G2 logischerweise, ist Kapitel 1 unumgänglich. Ein sehr wichtiges Kapitel, die müsst ihr alle übernehmen, diese Einstellung, wenn ihr überhaupt die grundlegende Performance aus dem TV herausholen wollt und vor allem, dass meine nachfolgenden Einstellungen überhaupt erst Sinn machen. Ja und daraufhin folgen dann sieben weitere Kapitel mit jeweiligen Bildeinstellungen, je nach Szenario. Und ab diesem Jahr mache ich es erstmalig so, dass ich in meinen großen Bildeinstellungsvideos Tag- und Nachtbildeinstellungen für SDR präsentiere. Das heißt einmal Einstellungen für einen abgetunkelten Raum beim SDR-Betrieb und einmal Einstellungen für einen hellen Raum bei Tageslicht für SDR. Ich habe in den letzten Jahren schon sehr oft erlebt, dass für euch das sehr wichtig ist und da habe ich mir gedacht, okay, ab 2024 werde ich dies übernehmen. Und die LG, CS, C2 und G2-Besitzer sind quasi die Ersten hier auf meinem Kanal, die diese neuen Service von mir quasi mitnehmen können. Dann geht es natürlich weiter mit HDR Dolby Vision und natürlich mit den ganzen Gaming-Einstellungen von HDR über Dolby Vision bis hin zum SDR. Sport-Einstellungen werde ich Ihnen in diesem Video nicht präsentieren. Diese habe ich nicht verändert und ich sehe auch die SDR-Tag-Einstellungen tatsächlich auch für den Sportbetrieb. Wenn ihr Fußball-Einstellungen haben wollt für den Fußball-Modus bzw. für den Sport-Modus, könnt ihr auch meine alten Einstellungen aus dem Sport-Bild-Einstellungsvideo übernehmen. Diese habe ich wie gesagt nicht geändert, da ich kein Änderungspotenzial gesehen habe. Aber ich sehe auch die SDR-Tag-Einstellungen für den Sportbetrieb. Okay, das erwartet euch jetzt hier in diesem Video und wie gesagt, geht die einzelnen Kapitel wirklich von Anfang bis Ende durch, lasst das Video an der Stelle laufen, um keine wichtigen Informationen zu verpassen. Okay, das auf jeden Fall jetzt zur Einleitung und jetzt beginnen wir mit dem ersten Kapitel. Okay, das dazu. Jetzt beginnen wir mit den wichtigen Grundeinstellungen. Um die wichtigen Grundeinstellungen zu übernehmen, gehen wir jetzt mit der Zahnrad-Taste in das Dropdown-Menü und starten jetzt hier oben mit dem Zahnrad-Button. Da gehen wir rein und gehen jetzt hier unter dem Punkt Allgemein, dann AI-Dienst. Und dort deaktivieren wir jetzt alle AI-Einstellungen. Die AI-Einstellungen sind nichts verzahnt mit Dolby Vision IQ. Das ist voneinander getrennt. Und dementsprechend ist es jetzt hier nicht erforderlich für Dolby Vision IQ, diese Einstellungen zu übernehmen. Ihr könnt natürlich AI-Einstellungen übernehmen. Das ist okay für euch, natürlich. Aber ich empfehle das an der Stelle nicht, da ich dementsprechend dort keine Verbesserung der Bildqualität festgestellt habe. Eher im Gegenteil. Okay, weiter geht es mit dem nächsten Punkt und zwar OLED-Pflege unter Allgemein. Und dort gehen wir rein. Erstmal Einstellung der Bildschirmpflege wieder auf Aus. Wir wollen nicht die automatischen Bildmodi haben von seitens AG, sodass man gar keine Einstellungen übernehmen kann. Also wenn ihr keine Einstellungen übernehmen könnt bei den Bildeinstellungen, ist Einstellung der Bildschirmpflege meistens die erste Adresse. Und zwar, wir gehen jetzt hier unter OLED-Panelpflege weiter. Und dort geht es jetzt hier mit dem Punkt Bewegung der Anzeige. Das aktivieren wir. Das ist das Pixel-Shifting. Das kennt ihr ja vielleicht schon. Das ist, dass es manchmal so ist, dass an der linken Seite ein bisschen ein kleiner schwarzer Rand ist oder an der rechten Seite des Displays ein kleiner schwarzer Rand. Das ist das Pixel-Shifting. Das ist eine Anti-Burn-In-Technik. Vor allem interessant, wenn ihr viele Sportinhalte schaut mit statischen Bildinhalten. Dann Einstellung der Helligkeit der Logos. Das ist auch etwas, was natürlich immer sehr viel Verwirrung in den letzten Jahren gebracht hat. Was ist jetzt nun die richtige Einstellung, niedrig oder hoch? Ich empfehle inzwischen die Standard-Einstellung niedrig. Da habe ich die beste Erfahrung mit gesammelt. Früher habe ich, glaube ich, mal hoch empfohlen. Dann war es wieder niedrig, weil es immer wieder unterschiedlich war. Inzwischen habe ich mich auf niedrig festgenagelt und habe dort die besten Ergebnisse. Ihr könnt das aber für euch selbst auch nochmal ein bisschen beobachten und schauen, ob ihr da gegebenenfalls einen Unterschied seht und stellt dann das ein, wo die Logos am meisten mit abgedimmt werden. Ich habe das so festgestellt, dass unter niedrig hier das maximale Dimming vorgenommen wird. Unter Pixelreinigung, dort müsst ihr gar nichts machen. Gehe ich da nochmal rein? Unter Pixelreinigung müsst ihr gar nichts machen. Ihr müsst auch den Pixelreiniger oder Pixelrefresher niemals manuell starten, es sei denn, der Fernseher fordert euch dazu auf. Okay, weiter geht es dann mit dem nächsten Punkt, und zwar unter Allgemein externe Geräte. Und dort gehen wir dann jetzt rein unter die HDMI-Einstellungen. Und dort haben wir jetzt die Möglichkeit, erstmal 4 zu 4 zu 4 durchlaufen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ich habe das jetzt hier standardmäßig erstmal deaktiviert gelassen. Diese Funktion macht auch wirklich nur dann Sinn, wenn ihr einen PC nutzt und dann wirklich den Chroma-Bereich 4 zu 4 zu 4 nutzen wollt. Dann ist diese Funktion sehr interessant. Oder ihr zum Beispiel einen Panasonic Ultra HD Blu-Ray-Player habt mit HCX-Prozessor, welcher hier dieses Chroma-Upscaling bietet. Um 4 zu 4 zu 4 wirklich auch darstellen zu können, könntet ihr das hier aktivieren. Dann könnt ihr unter Umständen eine feinere Dateidarstellung in den dunkleren Bildbereichen bekommen, unter Umständen. Das auf jeden Fall dazu. Das ist eine optionale Funktion. Genauso wie Simplink HDMI CEC ist eine optionale Funktion. Diese müsst ihr aber aktivieren, wenn ihr zum Beispiel eine Soundbar habt und diese anschließen wollt oder mit der Magic Remote externe Geräte über HDMI steuern wollt. Der AG OLED TV wird dies aber schon automatisch erkennen und meistens euch anbieten, diese Einstellungen zu aktivieren. Ich empfehle euch das, je nachdem welchem Szenario ihr habt. Hier bei dem TV war es jetzt nicht erforderlich. Bei dem neuen Besitzer des G2s aber das ist etwas, was eigentlich grundlegend aktiviert werden sollte. Dann geht es weiter unter dem Punkt HDMI Deep Color. Auch ein ganz wichtiges Ding und hier solltet ihr pro HDMI Anschluss, da muss ein HDMI Signal drauf liegen bzw. ihr solltet es so machen, dass das HDMI Signal erstmal deaktiviert ist, aber es sollte ein HDMI Kabel eingesteckt sein. Das ist die korrekte Variante und dann müsst ihr hier 4K aktivieren. Ihr könnt HDMI Deep Color nicht aktivieren, wenn kein HDMI Gerät angeschlossen ist oder ihr die Signalquelle HDMI nicht ausgewählt habt. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst auf HDMI 1 und dann auf 2, 3 und 4 wechseln jeweils und dann hier das aktivieren. Auch das macht normalerweise der AG OLED TV automatisch, wenn ihr den gerade frisch einrichtet und gerade ein HDMI Signal reinkommt, dann kommt so eine Einblendung, ob das automatisch vorgenommen werden soll. Sollte das aber nicht sein, könnt ihr das hier nochmal mit überprüfen. Okay, weiter geht es dann unter dem Punkt Allgemein System und dort habt ihr die Möglichkeit, unter zusätzliche Einstellungen hier erstmal die Quick Start Plus Funktion zu deaktivieren. Ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Quick Start Plus sorgt zwar dafür, dass der Fernseher schneller erwacht, aber damit habt ihr sehr schnell die Problematik, dass zum Beispiel Updates fehlerhaft installiert werden, Bilderstellungen verloren gehen oder der Fernseher in sich instabil wird. Quick Start Plus zu deaktivieren kann wahre Wunder bewirken. Dann machen wir weiter unter dem Punkt Startseiteneinstellungen. Unter Startseiteneinstellungen könnt ihr erstmal Home Promotion und Inhaltsempfehlungen deaktivieren. Habt ihr ein bisschen weniger AG Werbung und den ganzen Krempel unter WebOS, was ich ja persönlich sehr ekelhaft finde, wenn ich es auf gut Deutsch mal sagen darf, könnt ihr hier dementsprechend deaktivieren. Dann ist der Fernseher ein bisschen entschlackter und vor allem wird er schneller. Aber ihr habt dann auch noch unter die Möglichkeit, unter Einschaltbildschirm habt ihr hier die Möglichkeit zu wählen, ob die Startseite gewählt werden soll oder kürzliche Eingaben. Klingt alles so ein bisschen komisch und verwirrend und irgendwie falsch übersetzt. Ist es auch. Was macht diese Funktion? Hier könnt ihr entscheiden, ob der Fernseher, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, in das Home Dashboard wechseln soll oder die letzte Quelle nutzen soll. Also wenn ihr zum Beispiel HDMI 2 verwendet habt mit eurem Blu-ray Player und ihr habt den Fernseher in diesem Modus deaktiviert, also ausgeschaltet im HDMI 2, dann wird er bei der Einstellung kürzliche Eingaben zurück wieder in HDMI 2 gehen und nicht automatisch wieder ins Home Dashboard gehen. Eine sehr nervige Sache und ich empfehle euch hier für den Komfort, kürzliche Eingaben zu aktivieren. Dann geht ihr immer wieder in die kürzliche Quelle zurück, die ihr zuvor verwendet habt. Okay, dann machen wir weiter unter dem Punkt allgemein. Energiesparen, auch sehr wichtig und vor allem äußerst wichtig. Genauso wie unter OLED-Pflege die Einstellung der Bildschirmpflege. Ganz, ganz wichtig ist auch diese Einstellung und zwar Energiesparschritt. Energiesparschritt ist der automatische Energiesparmodus. Dadurch wird die Panelhelligkeit entsprechend des Inhalts angepasst. Das kann enorme Licht-Performance-Probleme bringen. Das kann enormes Lichtverlust bringen. Das heißt, der Fernseher wird nicht kontrastreich genug sein und auch nicht hell genug sein, vor allem bei hellen Bild-Szenarien. Und da empfehle ich euch, das hier grundlegend zu deaktivieren, wenn ihr die maximale Bild-Performance haben wollt. Ein absolutes Must-Have. Und dann gibt es noch den Punkt automatisch ausschalten. Das ist etwas, was ich euch persönlich selbst überlasse. Ich empfehle euch auf jeden Fall dort einen Stundenwert einzustellen. Ich empfehle vier Stunden. Das ist mal ein ganz guter Mittelwert, dass man da, falls man, ich meine, wir sind ja alle Menschen, wenn man mal vor dem TV abends einmal einnickt, kann ja passieren, dann habt ihr wenigstens die Möglichkeit, dass der TV sich irgendwann selber abschaltet und nicht die ganze Nacht durchläuft und ihr theoretisch ein Standbild habt und der Fernseher also acht Stunden lang ein Standbild darstellt. Das wäre natürlich äußerst schade. Dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, mit der Einstellung von vier Stunden einen sehr guten Sweetspot zu haben und dementsprechend habt ihr da dann die Sicherheit, dass der Fernseher sich dann selber abschaltet. Okay, das waren jetzt die absolut wichtigen Grundeinstellungen, die ihr machen müsst, um meine Bildeinstellungen erstmal überhaupt zu übernehmen und überhaupt die maximale Performance aus dem TV herausholen zu können. Diese Einstellungen sind hier absolute Pflicht. Okay, das zu den wichtigen Grundeinstellungen. Jetzt machen wir weiter mit den eigentlichen Bildeinstellungen und beginnen mit der SDR-Darstellung. Und ab diesem Jahr werde ich es so machen, dass ich SDR-Bildeinstellungen liefere für den Tagbetrieb als auch für den Nachtbetrieb, also für den hellen Raum und für den abgedunkelten Raum. Wir beginnen jetzt hier in diesem Video mit dem abgedunkelten Raum, für den SDR-Nachtbetrieb. Für was das alles genau gedacht ist, blende ich euch natürlich auch oben wieder ein. Also diese Bildeinstellungen, die jetzt hier in diesem Kapitel präsentiert werden, sind für den Nachtbetrieb. Bei HDR und Dolby Vision wird es keinen Unterschied geben. Es gibt HDR-Bildeinstellungen nicht für Tag und Nacht. Und HDR sollte grundlegend immer im abgedunkelten Raum geschaut werden. Das gilt natürlich auch für Dolby Vision. Ich rede bei HDR immer über HDR10 und Dolby Vision. Also HDR-Inhalte müssen grundlegend im abgedunkelten Raum geschaut werden, da sonst der HDR-Effekt überhaupt nicht zur Geltung kommt und das HDR-Bild wie SDR aussieht. Okay, gut. Beginnen wir also jetzt mit den SDR-Nacht-Einstellungen für den abgedunkelten Raum. Und dort verwenden wir jetzt wieder den Filmmaker-Mode. So wie ich es auch in den letzten Jahren immer gemacht habe. Früher waren ja meine Bildeinstellungen immer für den abgedunkelten Raum optimiert. Und dementsprechend finden wir jetzt hier bei SDR-Nacht natürlich den Filmmaker-Mode wieder. Der einzige Bildmodus letztendlich für diesen Betrieb, der die perfekte Darstellung liefert. Okay. Beginnen wir also jetzt mit den Einstellungen. Beginnen damit unter Format. Und jetzt machen wir es dieses Jahr so, da ich da auch sehr viel Feedback bekommen habe, dass ich hier die Nutzerauswahl auf Original schalte. Normalerweise setze ich diese hier immer auf 16 zu 9, da ich immer eine HDMI-Quelle verwende, die eine feste Auflösung von 3840 mal 2160 Pixel bietet und das Seitenverhältnis selbst anpasst. Aber ich habe festgestellt, und das macht natürlich auch logischerweise Sinn, dass ihr unterschiedliche Quellen habt und das nicht unbedingt so ist wie bei mir. Und da ist die Einstellung Original hier das Beste. Da bekommt ihr nämlich dann genau das genaue Seitenverhältnis, was seitens der Quelle geliefert wird. Ich empfehle euch also hier Original. Wenn das Bild aber ein bisschen komisch aussehen sollte, dann könnte hier 16 zu 9 vielleicht die richtige Wahl sein. Meine Empfehlung ist jetzt aber hier Original. Und Just Scan auf Automatisch. Gut. Machen wir weiter mit den erweiterten Einstellungen. Jetzt gehen wir tiefer in die Thematik rein. Und zwar mit dem Punkt Helligkeit. Und hier beginnen wir jetzt mit Helligkeit der OLED-Pixel. Und diese habe ich jetzt hier auf 25 gesetzt. Mit der Helligkeit der OLED-Pixel setzt man den AG G2 hier in diesem Fall auf gut 100 Nits. Beim AG CS und C2 ist hier die Einstellung 30 korrekt. Ich blende das, wenn ich es nicht vergesse, hier auch nochmal für den CS und C2 ein, welche Einstellung hier korrekt ist. Beim G2 ist hier 25 korrekt. Beim AG CS, C2 wäre hier 30 korrekt. Gut. Weiter geht es mit dem Punkt Kontrast. Dieses auf 90. Genauso wie den Schwarzwert auf 50. Sehr, sehr wichtig, dass wir das so belassen, dass wir hier dementsprechend kein Auswaschen der Schwarzdetails, als auch kein Auswaschen der Weißdetails bekommen. Das heißt, Schwarz bleibt wirklich schwarz und man hat feine Details und das Weiß bleibt wirklich sauber und wir haben feine Details in dem Weißbereich. Denn wenn wir den Kontrast so hoch einstellen, dann kann es sein, dass da Details im Weißbereich verloren gehen. Und wenn wir es so niedrig einstellen, dann kann es sein, dass das Weiß so gräulich auswäscht sich. Okay. Automatisch dynamischer Kontrast hat hier natürlich gar nichts zu suchen. Absolut nicht. Und zerstört nur die genaue Darstellung. Das wäre eine automatische Anpassung der Gamma-Kurve. Dadurch kann auch das Auswaschen von Schwarz als auch das Ausbrennen von Weiß passieren. Dann geht es weiter mit größter Helligkeit. Und hier weiche ich ein bisschen von der Norm ab. Mit größter Helligkeit booste ich ein wenig die Weißbereiche, wodurch SDR etwas, ich sag mal, kontrastreicher wirken kann und dementsprechend auch etwas, eine bessere Bildtiefe entsteht und ein kleiner HDR-Effekt entsteht. Wer das nicht möchte, kann das hier deaktivieren und ist damit normgerechter. Aber wenn man das einschaltet, hat man ein bisschen, ich sag mal, ein etwas kontrastreicheres, etwas lebendiger, ist nicht das richtige Wort. Einfach so ein bisschen dynamischer, das kann man vielleicht sagen, in den Weißbereichen. Also man hat einen schönen Kontrast zwischen Schwarz und Weiß. Das ist das, was ich damit sagen will. Man geht damit aber außerhalb der 100 Nits. Also wenn das aktiviert wird, geht der G2 auf ungefähr 200, 250 Nits in der Spitzendichtleistung. Dadurch entsteht so dieser leichte HDR-Effekt. Wer hier wirklich die perfekten 100 Nits beim G2 haben möchte, muss diese Funktion deaktivieren. Gleiche gilt natürlich auch beim AGCS und C2. Dann habe ich hier Gamma auf BT1886 gesetzt. Das ist etwas, was hier normgerecht korrekt ist, was man hier nämlich die ganz genaue Darstellung bekommt, des Gamma-Bereiches. Man kann aber beim AG OLED TV hier auch die Einstellung auf 2.2 setzen. Das wäre optional in Ordnung. Damit habt ihr dann noch etwas besseren Durchzeichnung in den Schwarzbereichen. Und würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr wirklich ein Problem habt, dass die Schwarzbereiche zu dunkel wirken. Dann geht hier auf 2.2. Ist auch vollkommen in Ordnung. Der AGCS, C2 und G2 hält hier auch noch damit die Norm ein. Empfehlung von meiner Seite aus ist BT1886. Die optimierte Empfehlung wäre hier 2.2. Okay. Weiter geht es hier unten noch. Mit dem Videobereich natürlich selbstverständlich auf automatisch. Der RGB-Bereich muss natürlich automatisch angesprochen werden, dass wir kein zu helles oder zu dunkles Bild bekommen. Und die automatische Helligkeitsregelung, so wie der Name schon sagt, automatisch wollen wir natürlich deaktivieren. Weiter geht es jetzt unter den Punkt Farbe. Und unter Farbe machen wir es jetzt so, dass wir die Farbtiefe auf 50 setzen, den Farbton auf 0. Farbtiefe, ganz wichtig hier zu wissen, ein knalliges Bild ist kein gutes Bild. Um einen treuen Zuschauer zu zitieren hier, ist, wir wollen natürlich an dieser Stelle ein Farbfernsehen haben und kein Bundfernsehen. Und das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Wir wollen ein schönes Farbfernsehen haben. Und eine zu hohe Farbtiefe Einstellung macht daraus aus Farbfernsehen Wohnfernsehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eine sehr genaue Farbdarstellung haben. Und der LG G2 CS und C2 liefern hier eine gute Farbsättigung bei der Farbtiefe Einstellung von 50. Dann Farbumfang auf automatisch erkennen. Natürlich selbstverständlich wollen wir hier im SDR Betrieb den BT709 Farbraum korrekt ansprechen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel ursprünglich auswählen, dann wird der Farbraum von BT709 auf DCI-P3 aufgespreizt. Was natürlich jetzt hier an der Stelle die Farbpunkte verschiebt, wodurch das Bild kräftiger wirkt. Aber falsch, komplett falsch. Auch wieder der Punkt Bundfernsehen. Also Farbumfang definitiv automatisch erkennen, wenn ihr SDR Inhalte mit dem BT709 korrekt haben wollt und die Farbwerte auch genau sind, dass die Farbtöne genau sind. Okay, weiter geht es mit dem Punkt Feineinstellung. Farbanpassung hier selbstverständlich auf Aus. Wir wollen keine Automatiken da drin haben. Weiter geht es mit dem Weißabgleich. Und jetzt kommen wir hier zu dem Punkt Farbtemperatur. Warm 45. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie ich es beim LG G2 gemacht hatte damals. Ich meine, da habe ich euch die Wahl gelassen zwischen 0 und Warm 50. Ich gehe jetzt hier voll auf die Folgen und sage grundlegend Warm 45, wenn ihr die genaue Darstellung haben wollt, die ich auch vor allem im Testvideo zur WebOS 23 prognostiziert habe, beziehungsweise diagnostiziert. Prognostiziert ist das falsche Wort. Diagnostiziert habe. Und dementsprechend ist es jetzt hier so, Warm 45 bringt euch mit diesen Einstellungen genau 6500 Kelvin. Nicht ein Kelvin zu viel, nicht ein Kelvin zu wenig, wenn man so will. Natürlich gibt es da Messtoleranzen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Warm 45 bietet hier euch genau diese Abstimmung, die ich euch in dem Video präsentiert habe. Wenn ihr etwas anderes einstellt hier, könnt ihr das natürlich für euch machen. Aber gebt euch die Chance. Lasst das mal auf Warm 45. Schaut damit mal zwei Wochen. Und ich wette mit euch, wenn ihr dann auf Farbtemperatur 0 wechselt, werdet ihr feststellen, oh Gott, das geht ja gar nicht, das kann ich nicht mehr. Denn hiermit habt ihr die genauere Darstellung. Ich hatte früher auch mal persönlich so diese Phase, wo ich Farbtemperatur 0 besser empfunden habe. Hab dann irgendwann aber mir gesagt, okay, du testest die TVs hier immer mit Warm 50. Versuch dich mal daran zu gewöhnen. Versuch mal zu schauen, ob du das vielleicht für dich selbst adaptieren kannst. Nur für mich, um einfach die genaue Darstellung auch zu bekommen, wenn ich selber Filme schaue. Und das hat keine zwei, drei Wochen gedauert. Und seitdem kann ich mit Farbtemperatur 0 nichts mehr anfangen. Also versuch das einfach mal mit Warm 45. Okay, weiter geht es mit dem Punkt Klarheit. Und hier ist es natürlich klar, dass wir wieder alles deaktivieren. Schärfe auf 0. Wir wollen keine Nachzeichnung der Konturen. Es gibt keine Schärferegelung heutzutage mehr bei den TVs. Das hier ist nur eine digitale Nachschärfung der einzelnen Konturen. Das bedeutet ein Nachzeichnung mit Schwarzkonturen, auch bekannt als Doppelkonturen. Und das wollen wir natürlich an dieser Stelle nicht. Wir wollen die genaue Quellen, genaue Darstellung haben mit der Quellenschärfe. Dementsprechend hier natürlich Schärfe auf 0. Somit haben wir auch die Panel-Schärfe. Super Resolution, Rauschunterdrückung, Ampeg-Rauschunterdrückung, glatte Abstufung hat hier auch, wie gesagt, gar nicht zu suchen. Das wollen wir nicht, da wollen wir keine Glattzeicher drin haben. Wir wollen das Bild nicht glatt gebügelt haben, sondern wir wollen eine genaue und körnigere Darstellung haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Bildrauschen ist ein gutes Zeichen. Wenn euch ein Fernseher ein Bildrauschen präsentiert, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er eine sehr gute Detaildarstellung hat. Bildrauschen ist nämlich ein Zeichen dafür, dass die Auflösung hoch ist und dass hier dementsprechend auch eine gute Qualität vorliegt. Wenn ihr das Bildrauschen rausmügelt, wie ich es gerne immer sage, also rausrechnen lässt, dann geht ihr Gefahr, dass sehr viele Bilddetails verloren gehen und das ist etwas, was wir an dieser Stelle nicht wollen. Und zum Schluss geht es weiter noch mit der True Motion. Und hier habe ich jetzt die True Motion auf Ausgestellt und das echte Kino eingestellt. Das kann man machen, wenn man genau die 24p haben möchte, also im genauen 24 Hertz Look. Aber ihr könntet hier optional auch unter True Motion noch die filmische Bewegung aktivieren. Dann rechnet ihr das auf 48 Bilder auf. Dann bekommt ihr auch noch einen Kinolog und das Bild ist etwas flüssiger und vielleicht noch ein bisschen natürlicher. Ich persönlich mag es durchaus gerne, auch das echte Kino zu nutzen, aber das ist etwas, das überlasse ich euch. Ihr könnt hier die Zwischenbildberechnung einstellen, wie ihr möchtet. Meine Empfehlung ist echtes Kino ein oder True Motion auf filmische Bewegung. Okay, das zu der SDR-Nachtdarstellung bzw. für einen abgedunkelten Raum. Jetzt machen wir weiter mit der SDR-Tageinstellung für einen hellen Raum. Wie ich ja gerade schon erklärt habe, mache ich es ja ab diesem Jahr so, ab 2024, dass ich mein Bildeinstellungsvideo für den SDR-Betrieb einmal Einstellungen für den Tagbetrieb als auch für den Nachtbetrieb präsentiere bzw. für einen hellen Raum und für einen abgedunkelten Raum. Und jetzt machen wir weiter mit der SDR-Darstellung in einem hellen Raum. Und dazu verwenden wir jetzt den ISF-Experte-Modus Helle Flächen Tageszeit. Das ist ein Bildmodus, der schon von Grund auf vom Werk aus darauf optimiert ist, für einen hellen Raum verwendet zu werden. Aber ich habe dort ein, zwei Optimierungen noch vorgenommen, um entsprechend noch ein bisschen mehr aus dem Bild herauszuholen. Okay, gehen wir in die Sache rein. Also ISF-Experte Helle Flächen Tageszeit ist jetzt unsere Adresse. Unter Format gehen wir jetzt hier wieder rein und setzen die Nutzerauswahl auf Original und JustScane auf Automatisch. Ich habe das früher immer auf 16 zu 9 gesetzt, habe da sehr viele Kommentare bekommen, dass das immer so ein bisschen bei manchen Leuten für Bildprobleme sorgt. Dementsprechend empfehle ich euch jetzt Original. Damit habt ihr dann immer ein angepasstes Seitenverhältnis Seiten des TVs. Bei 16 zu 9 geht er immer davon aus, dass ein festes Seitenverhältnis seitens der Quelle kommt. Und das ist bei mir zu Hause der Fall. Hier in diesem Fall empfehle ich euch jetzt aber Original. Damit bekommt ihr auf jeden Fall immer die korrekte Seitenverhältnis-Darstellung. Sollte es da mal zu Probleme kommen, dann könnt ihr hier aber auch entsprechend zum Beispiel auf 16 zu 9 gehen. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt und zwar erweiterte Einstellungen und dann unter Helligkeit und setzen jetzt hier Helligkeit der OLED-Pixel auf 90. Das ist jetzt schon sehr wichtig, wenn wir in einem hellen Raum unterwegs sind, dass wir natürlich hier das OLED-Pixel-Licht voll aufdrehen, weil wir müssen ja schon so ein bisschen gegen das Tageslicht anarbeiten. Das ist für ein OLED-TV ja schon grundlegend früher so gewesen, dass es eine Mammutaufgabe ist. Heutzutage ist das aber nicht mehr so weiter der Fall, vor allem nicht beim LG C, SC2 und G2. Diese haben ja eine sehr hohe Lichtleistung im Vergleich zu früheren OLED-TVs und dementsprechend ist das durchaus möglich. Aber ihr müsst hier schon eine Helligkeit der OLED-Pixel auf von 90 setzen. Sollte euch das am Tag noch zu hell sein, dann könnt ihr hier natürlich runtergehen. Nach unten geht immer. Also nach oben würde auch gehen, wobei ich das schon irgendwann ein bisschen zu heftig finde. Aber ihr könnt jetzt hier jetzt an der Stelle, wenn euch das am Tag noch zu hell ist, auch runtergehen. Bis zu dem Punkt, wo ihr sagt, okay, jetzt kann ich gut Fernsehen schauen am Tag. Das ist das, was ich euch hier empfehle. Dann Kontrast wieder auf 90 und Schwarzwert auf 50. Das ist hier in Kombination mit der hohen Pixellichtleistung natürlich Pflicht, dass wir uns hier auch das so ähnlich einstellen wie im Nachtbetrieb, dass wir hier kein Ausbrennen von weißen Details bekommen, als auch kein Auswaschen von Schwarz-Details oder ein zu tiefes Schwarz bekommen. Dann im Verbrecher automatisch dynamischer Kontrast. So, ich nenne ihn die Verbrecher, weil es für mich aus meiner Sicht so ist. Aber ich habe diesen jetzt hier erst absichtlich auf Aus gelassen. Aber ihr könntet diesen auch auf Niedrig stellen, wenn ihr am Tag noch Probleme habt mit den Details im Schwarzbildbereich. Dann kann es sein, dass dann hier der automatisch dynamische Kontrast mit der Einstellung Niedrig hier durchaus einen Benefit bringt, wodurch ihr noch ein bisschen mehr Details aus dem Schwarzbereich herausholen könnt und das Bild in sich ein bisschen aufgehälter wirkt. Aber wirklich nur dann, wenn ihr bei Tag wirklich Probleme habt mit den Schwarzdetails. Dann müssen wir hier die größte Helligkeit natürlich auf hoch setzen. Das bringt im Nachtbetrieb ja so einen kleinen HD-Effekt. Im Tagbetrieb bringt das den Weißlichtboost effektiv, wodurch wir natürlich noch ein etwas helleres Bild bekommen, um gegen Tageslicht anzuarbeiten. Dann habe ich hier Gamma auf 2.2 gesetzt. Das ist Pflicht im Tagbetrieb. BT 1886 wäre natürlich hier normgerechter, aber dann bekommt ihr wirklich Probleme mit dem Schwarzbereich. Das heißt, Schwarzdetails werden wirklich sehr, sehr schwierig am Tag. Dementsprechend solltet ihr hier das auf 2.2 setzen, um dort Details herauszubekommen. Okay, dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar Videobereich natürlich wieder auf automatisch. Wir wollen den RGB-Bereich natürlich korrekt ansprechen und wollen kein ausgewaschenes oder zu dunkles Bild haben. Und automatische Helligreizregelung wieder auf Aus. Weiter geht es unter Farbe. Und hier habe ich jetzt die Farbtiefe auf 45 gesetzt. Und den Farbton auf 0, aber in Kombination mit dem Farbumfang auf ursprünglich. Wir erinnern uns an meine Nachtbildeinstellung, wo ich gesagt habe, dass wir den BT709 Farbraum ja korrekt ansprechen wollen. Richtig so. Aber am Tag ist es so, dass das OLED-Panel natürlich gegen das Tageslicht anarbeiten muss und Farben auswaschen können. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Farbumfang hier auf ursprünglich zu setzen und die Farbtiefe etwas herunter zu regeln, sodass wir eine sehr gute Farbsättigung bekommen, aber die Farben nicht auswaschen und nicht zu ungenau werden. Das ist so die Empfehlung für den Tagbetrieb, was ich euch hier empfehlen kann. Wenn euch das aber zu bunt ist, könnt ihr natürlich hier Farbumfang auf automatische Erkennen wieder setzen und die Farbtiefe auf 50 bis 55 stellen. Damit bekommt ihr schon die genauere Farbdarstellung als mit dieser Einstellung. Ich habe das nur so empfunden, dass am Tag diese Einstellung hier etwas mehr Bildqualität heraushört aus dem TV. Okay, dann unter Feineinstellung habe ich jetzt hier natürlich das alles wieder deaktiviert, also Farbanpassung auf Aus, Weißabgleich hier wieder Farbtemperatur auf 45. Genauso wie bei dem Nachtbetrieb ist es mir auch hier an dieser Stelle wieder ein sehr wichtiges Anliegen zu sagen, dass ich mich auch hier dazu entscheide, die Farbtemperatur in die warme Richtung zu farmen. Bei dem alten Einbild-Einstellungsvideo habe ich das, glaube ich, noch gegenübergestellt zwischen Farbtemperatur 0 und Farben warm 50. Das mache ich jetzt inzwischen nicht mehr so. Ich persönlich bin auch komplett schon darauf aus, dass ich nur noch mit warmen Einstellungen Fernsehen schaue, da ich damit die genaue Bilderstellung bekomme und mich auch einfach daran gewöhnt habe. Ich kann mit Farbtemperatur 0 nicht mehr schauen. Früher war das mal komplett anders, aber ich habe mich dann selbst dazu gezwungen, da ich die TVs ja auch mit einer warmen Temperatur immer getestet habe, zu sagen, okay, gewöhne dich mal dran und irgendwann war da bei mir der Punkt angekommen, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich nicht mehr anders, weil es auch einfach wesentlich natürlicher aussieht. Gut, also Farbtemperatur warm 45 bringt euch hier die 6500 Kelvin für die perfekte Weißdarstellung. Weiter geht es zum nächsten Punkt und zwar unter Klarheit und hier ist es auch wieder so selbstverständlich, dass wir das alles deaktivieren. Schärfe auf 0, wir wollen keine Doppelkonturen, wir wollen keine automatische Nachzeichnung und so weiter, indem dass wir auch Super Resolution ausschalten, Rauschunterdrückung ausschalten, Ampeg-Rauschunterdrückung ausschalten und natürlich auch die glatte Abstufung ausschalten. Und zum Schluss haben wir natürlich noch hier die True Motion, dieses echte Kino, könntet ihr auch hier nutzen, wenn ihr die True Motion auf Ausschaltet. Jetzt habe ich hier das mal im Gegenzug gemacht und da im Tag-Modus habe ich ja hier, im Nacht-Modus habe ich ja hier das echte Kino eingeschaltet. Jetzt beim Nacht schalten wir mal die, ach, jetzt komme ich komplett durcheinander. Also bei Nacht habe ich ja das echte Kino aktiviert und bei Tag habe ich jetzt hier mal als Beispiel die True Motion auf filmische Bewegung gesetzt. Das ist etwas, was ich euch überlasse, das möchte ich damit sagen. Also wenn ihr die ganz genaue Darstellung haben wollt, ist natürlich True Motion zu deaktivieren und das echte Kino zu aktivieren, dann bekommt ihr diesen 24p-Look. Wenn ihr das ein bisschen flüssiger haben wollt, könnt ihr auch die True Motion auf filmische Bewegung stellen, dann bekommt ihr so einen 48p-Look. Das heißt, das Bild wird zwar immer noch Kino-like, aber es ist etwas flüssiger. Ihr könnt ja auch die glatte Bewegung aktivieren, das ist vollkommen für euch überlassen. Wenn ihr die genaue Darstellung haben wollt, ist die True Motion zu deaktivieren und das echte Kino zu aktivieren. So, damit haben wir jetzt den SDR-Bereich abgearbeitet und machen nun weiter mit den HDR-Bereichen und beginnen mit der Darstellung von HDR10. Bei HDR-Inhalten ist es wieder sehr wichtig zu wissen, dass HDR-Inhalte grundlegend in einem abgedunkelten Raum geschaut werden müssen, wenn man den HDR-Effekt überhaupt sehen möchte. In einem hellen Raum macht HDR keinen Sinn, da man da keinen Unterschied mehr sehen kann zwischen den hellen und dunklen Bildbereichen, da alles gleich hell wirkt und dementsprechend hat man diesen Effekt nicht. Also wenn man HDR schauen möchte, natürlich auch Dolby Vision, dann muss der Raum abgedunkelt sein. Okay, beginnen wir also jetzt mit den HDR-Einstellungen. Und hier ist es so, dass ich natürlich auch an dieser Stelle wieder den Filmmaker-Mode verwende, da dieser eigentlich so der einzige Bildmodus ist, der hier eine genaue Darstellung liefert, um dementsprechend das perfekte Bild aus dem TV herauszuholen. Und dann fangen wir jetzt wieder an mit den Formateinstellungen und dort gehe ich jetzt auch hier wieder auf Original, wie ich es auch schon bei HDR gemacht habe, da ich das Feedback bekommen habe, dass ihr mit 16 zu 9 ja gerne Probleme hattet. Das macht aber auch Sinn, da ich hier bei mir immer eine feste Auflösung seitens der Quelle wähle, in diesem Fall eine Ultra-AD-Auflösung und das Seitenverhältnis seitens der Quelle entscheiden lasse. Das ist natürlich bei euch unter Umständen nicht der Fall. Dann kann es sein, dass ihr mit 16 zu 9 ein aufgezogenes Bild bekommt. Das will ich natürlich nicht, daher Nutzer-Auswahl Original lässt dieses Problem hier umgehen. Dann Just Scan wieder auf Automatisch. Okay, dann geht es weiter mit erweiterte Einstellungen, dann Helligkeit. Helligkeit der OLED-Pixel selbstverständlich auf 100%. Das ist für HDR unumgänglich, sodass wir hier die maximale Lichtleistung bekommen. Ansonsten macht HDR in diesem Fall keinen Sinn. Vor allem bei modernen OLED-TVs brauchen wir uns da auch keine Sorgen mehr machen, dass sich die Pixel irgendwie verschleißen oder so. Das war bei früheren OLED-TVs durchaus der Fall. Heutzutage ist das aber nicht mehr der Fall. Dann Kontrast auf 100. Sehr, sehr wichtig. Wir haben einen klaren Unterschied zwischen hellen Bildbereichen und dunklen Bildbereichen. Und wir wollen natürlich hier diesen Unterschied auch haben. Dementsprechend müssen wir das Weiß nach oben hin maximal klippen lassen, beziehungsweise in einem maximalen Bereich laufen lassen. Dementsprechend ist natürlich 100% hier wichtig. Schwarz-Bild auf 50. Auch das ist sehr wichtig. Wir wollen natürlich jetzt hier den Schwarzwert nicht aufdrehen. Dadurch kann das Schwarz auswaschen. Und wenn wir es runterdrehen, kann Schwarz-Bildbereiche natürlich noch tiefdunkler werden. Das wollen wir an der Stelle nicht. Dadurch gehen schwarze Details verloren. Oder das Schwarz kann auswaschen. Dementsprechend ist hier 50 die korrekte Darstellung. Dann automatisch dynamischer Kontrast habe ich jetzt hier natürlich wieder auf ausgestellt. Das ist etwas, was diese beiden Werte intern irgendwo automatisch anpasst. Etwas, was das Bild unter Umständen in den dunkleren Bildbereichen etwas aufgehälter wirken lassen kann, aber die Bilddarstellung durchaus sehr schnell zerstören kann. Ich empfehle euch, den automatisch dynamischen Kontrast grundlegend zu deaktivieren, wenn ihr die genaue Darstellung haben wollt. Dann Dynamic Tone Mapping. Das ist ein Thema, welches ich bei den AG Old Devils 2022 durchaus noch empfehle zu aktivieren. Beim AG G2 ist es so, das ist etwas, wo ich schon sagen kann, da könnte man darauf verzichten, da der Großteil aller HD-Inhalte in 1000 Nit gemastert sind oder bis 1000 Nit. Und da ist ein Dynamic Tone Mapping nicht unbedingt erforderlich, da der AG G2 ja ungefähr an die 1000 Nit herankommt. Da fehlen ja gut 40 Nit, also entsprechend sind es 1000 Nit. Das heißt, ein Dynamic Tone Mapping ist für 1000 Nit Inhalte dort nicht erforderlich. Beim AG G2 ist es aber auch so, wenn ihr dort HD-Inhalte darstellt, die über diese Lichtleistung gehen, sagen wir mal 1500 Nit haben, 2000 Nit oder 4000 Nit, dann ist ein Dynamic Tone Mapping aber auch hier Pflicht, da sonst Details im Weißbereich durchaus ausbrennen können. Das Dynamic Tone Mapping als AG G2 kann hier bis 2000 Nit wirklich stabil arbeiten. Dann bekommt ihr hier noch ein deutlich besseres Bild, als wenn ihr es deaktiviert. Meine Empfehlung ist hier daher global zu sagen, dass man das aktivieren sollte. Für die etwas genauere Darstellung, vor allem für unter 1000 Nit Inhalte, ist diese Funktion zu deaktivieren. Aber wie gesagt, meine Empfehlung ist das hier entsprechend global einzustellen. Dann größte Helligkeit, das ist ja Weißlicht Subpixel Booster. Das ist auch ein sehr wichtiges Ding, das sollten wir natürlich ja auch hier auf höchste Einstellungen stellen. Das brauchen wir vor allem dafür, dass natürlich helle Bildbereiche entsprechend geboostet werden. Bei OLED TVs ist es ja so, dass das weiße Subpixel hier entsprechend das lichtgebende Pixel ist. Und HD-Inhalte wollen ja diese Lichtbildbereiche sehr kontrastreich darstellen im Vergleich zu den dunklen Bildbereichen. Und durch die größte Helligkeit werden diese weiß-lichtgebenden Bildpixel entsprechend geboostet, wodurch natürlich dann dieser HD-Effekt noch verstärkt wird. Und das ist eine Pflicht bei HD-Inhalten. Okay, dann geht es weiter mit dem Punkt Gamma ist ausgeraut. Das macht das richtig so. Video-Bereich natürlich wieder auf automatisch, wir wollen den RGB-Bereich hier richtig ansprechen. Und dann automatische Helligkeitsregelung auf aus. Dann geht es weiter mit dem Punkt Farbe. Und hier auch die Farbtiefe wieder auf 50, genauso wie im SDR Nachtbetrieb. Das habe ich mich auch dazu entschieden, da die HD OLED TV CS C2 und G2 mit einer Farbtiefeinstellung von 50 eine genaue Farbtiefe liefern. Also das heißt, das Bild ist nicht zu gesättigt oder zu entsättigt. Jetzt auch hier ganz wichtig. Wir wollen natürlich nicht, dass wir jetzt hier eine höhere Einstellung vornehmen, als auch hier den Farbumfang auf ursprünglich setzen. Da möchte ich auch hier wieder im HDR-Betrieb einen treuen Zuschauer zitieren. Das habe ich ja eben schon bei SDR gemacht. Und zwar, wir wollen ja Farbfernsehen und kein Mondfernsehen. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier natürlich den Farbum korrekt ansprechen. Mit der Farbumfang-Einstellung Automatisch erkennen geht der AG OLED TV hier den DCI-P3 Farbraum an. Das bedeutet, dass viele Filme sind nach diesem Farbraum gemastert. Und das heißt, der Fernseher kann dann entsprechend hier diesen Farbraum genau ansprechen. Wenn ihr das auf ursprünglich stellt, wird die ganze Sache auf BT 2020 aufgespreizt. Es wird kein BT 2020 Farbraum daraus, sondern es wird aufgespreizt. Und das ist in diesem Fall, da der AG G2, CS und C2 den BT 2020 Farbraum auch nicht 100% abdecken können, eine komplette Verziehung der Farbdarstellung. Als auch grundlegend, da es kein BT 2020 Material sein kann, auch durchaus sein kann, dass hier die Farbdarstellung entsprechend verzogen wird. Meine Empfehlung hier an dieser Stelle ist natürlich dann auch hier Farbumfang auf automatisch erkennen, auch wenn ursprünglich bunt aussieht. Wir wollen kein bunt fernsehen, wir wollen Farbfernsehen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Zitat mega. Okay, gut, weiter geht es mit dem Punkt Feineinstellung. Das habe ich wahrscheinlich schon übersprungen. Da wird unter Farbanpassung natürlich alles auf Aus. Dann weißabgleich Farbtemperatur 50. Mit der Farbtemperatureinstellung Warm 50 bekommt ihr hier 6500 Kelvin. Das ist auch das, was ich mit meinem WebOS 23 Test auch diagnostiziert habe. Das bekommen wir hier mit der Einstellung Warm 50. Wählt ihr hier eine Farbtemperatur von 0, dann geht ihr ungefähr auf 9500 Kelvin. Das Beet wird sehr kalt und kühl damit. Das kann ich verstehen, dass euch das besser gefällt. Das war bei mir früher auch so. Ich empfehle euch aber hier wirklich dringlichst, wenn ihr die genaue Darstellung haben wollt, das auf Warm 50 einzustellen und euch ein bisschen daran zu gewöhnen. Gebt euch mal so ein, zwei, drei Wochen. Am Anfang wird das ungewohnt sein. War bei mir genauso. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich das nicht so mochte. Auch wenn ich die TVs mit Warm 50 getestet habe, habe ich mir privat gesagt, nee, auf 0 finde ich am besten. War eine Phase, die ich hatte da und wo ich das auch ein bisschen nachvollziehen kann, dass ihr das gut findet. Aber so jetzt nach der Zeit, wo ich das selbst mich quasi dazu gezwungen habe und mir das angetrainiert habe und mein Sehempfinden sich daran angepasst habe, die natürliche Darstellung zu genießen, fällt es mir jetzt so auf, wenn ich jetzt auf Farbtemperatur 0 gehe, dass ich das nicht mehr schauen kann. Also das ist wirklich gruselig. Das war Wahnsinn, dass man das mal früher gemacht hat. Das kann ich komplett nachvollziehen. Das Bild wirkt dadurch ein bisschen lebendiger, ein bisschen dynamischer. Das kann ich nachvollziehen, dass man das besser findet, aber es ist halt nicht korrekt und es sieht halt auch einfach nicht gut aus im Vergleich. Hauttöne. Ihr müsst einfach mal auf die Hauttöne achten. Schaltet mal auf Warm 50 und dann zurück auf 0. Dann werdet ihr sehen, dass Hauttöne bläulich werden und nicht mehr so eine schöne Hautton-Sättigung, eine schöne Wärme drin haben. Achtet mal darauf und versucht es euch einfach mal ein bisschen so daran ranzutasten. Kann ein bisschen anstrengend sein am Anfang, aber ich verspreche euch, das wird am Ende auch wirklich mega geil sein. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt und zwar Klarheit. Und hier haben wir jetzt die ganzen Bildverbesserer, die wir natürlich deaktivieren wollen. Super Resolution, Rauschunterdrückung, Ampeg-Rauschunterdrückung und glatte Abstufung ist natürlich hier zu deaktivieren. Schärfe selbstverständlich auch auf 0. Maximum 10. Das sind ja diese 5%, die man hier ungefähr machen kann. Ich empfehle euch aber grundlegend die 0. Damit bekommt ihr nämlich die Quellenschärfe, weil bei modernen TVs gibt es keine Schärfeeinstellung in diesem Sinne. Wir haben ja keine röhrenden TVs mehr, wo man die Schärfe noch justieren musste. Heutzutage ist es so, die Panels haben eine feste Schärfe, eine Grundschärfe für die genaue Bildqualität. Wenn man das jetzt nachschärft, dann bekommt das Panel keine Schärfe und auch die Bildqualität wird nicht schärfer oder man bekommt eine Art Upscaler. Alles nicht der Fall. Sondern wenn ihr die Schärfe einstellt, werden hier Doppelkonturen produziert. Und Doppelkonturen sorgen dafür, dass das Bild hart wirkt und vor allem, wenn ihr Streaming-Dienste schaut, werden Kompressions-Artefakte und Grisseln im Bild schärfer und stärker. Und das wollen wir natürlich nicht. Das Bild wird dadurch nämlich ungenauer. Und zum Schluss kommen wir natürlich noch zur Zwischenbildberechnung. Da habe ich mich jetzt hier, stand es noch auf echtes Kino ein, sehe ich gerade, habe dann mich aber noch dazu entschieden, die ganze Sache auf filmische Bewegung zu setzen. Denn effektiv empfehle ich euch beides. Wenn ihr die ganz genaue Darstellung haben wollt, ist hier die Einstellung Two-Motion aus und echtes Kino ein, die absolut richtige Einstellung. Aber mit der Zwischenbildberechnung Einstellung Two-Motion Filmische Bewegung bekommt ihr einen 48-Hertz-Look. Das heißt, die 24 Bilder werden auf 48 Bilder aufgerechnet und das Bild wird dadurch trotzdem Kino-like, aber ihr bekommt eine etwas weichere Darstellung und eine etwas natürlichere Bewegungsdarstellung. Und die filmische Bewegungseinstellung bei den AG OLED-TVs ist wirklich sehr gut. Aber das überlasse ich euch. Ich bin da so ein Mensch, der manchmal echtes Kino nutzt, manchmal filmische Bewegung. Ich habe mir da irgendwie nicht so einen hundertprozentigen Punkt, wo ich sage, okay, nur das nutze ich, sondern ich wechsle das immer wieder. Und das kommt auch so ein bisschen auf den Inhalt an. Bei schnelleren Bewegungen, Filmen, die eine schnellere Bewegung haben, da ist die Two-Motion-Filmische Bewegung die bessere Wahl. Guckt ihr einen sachtereren Film, einen ruhigeren Film mit wenig schnellen Bewegungen, ist echtes Kino viel, viel geiler als filmische Bewegung. Aber das überlasse ich euch an dieser Stelle. Beides dieser Einstellungen wäre schon korrekt an dieser Stelle. Okay, das zur HDR10-Darstellung machen wir jetzt weiter mit dem Dolby Vision. Der Dolby Vision Filmwiedergabe. Auch hier ist es sehr, 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 sehr wichtig zu wissen, dass ihr Dolby Vision ausschließlich in einem abgedunkelten Raum verwendet. HD-Inhalte können ihren Kontrastumfang nicht in einem hellen Raum darstellen. Das ist unmöglich. Dafür ist das Tageslicht noch zu hell. Da müsste ein Fernseher locker viermal so hell werden, dass man diesen klaren Unterschied dann sehen kann, wie es als Wenderraum abgedunkelt ist. Also sehr, sehr wichtig für HDR10, abdunkelnden Raum, natürlich auch für Dolby Vision. Und wenn ihr HDR10 einstellen wollt, muss ein HDR10-Signal auf dem TV liegen. Wollt ihr Dolby Vision einstellen, muss ein Dolby Vision-Signal aufliegen. Das geht nicht anders. Nur so wechselt der Fernseher nämlich in den jeweiligen Modus. In diesem Fall hier in den Dolby Vision-Modus. Okay, jetzt habe ich mich im Dolby Vision-Modus für den Bildmodus Kino Home entschieden. Das hat einen technischen Hintergrund als auch einen Erfahrungshintergrund. Der technische Hintergrund ist bei den AG-TVs, dass ihr in diesem Bildmodus den Zugriff auf Dolby Vision IQ bekommt. Das ist nur im Kino Home-Modus möglich. Der andere Hintergrund ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich mit Leuten gemacht habe, die so ein bisschen erzählen, wie sie das so empfunden haben, dass der Kino Home-Modus eine größere Massenkompatibilität bietet. Der Kino Home-Modus kann so eingestellt werden, dass er eine sehr genaue Darstellung liefert. Dementsprechend entscheide ich mich dazu, zu sagen, Kino Home können wir durchgehen lassen. Wenn ihr aber die absolut korrekte Dolby Vision-Darstellung haben wollt, ist es zwingend erforderlich, den Kino-Modus zu verwenden. Der Kino Home-Modus ist jetzt hier ein bisschen aggressiver, was die Weißbereiche angeht, ist hier ein bisschen ausgelenkt. Der Kino-Modus ist hier genauer. Das Bild wirkt dadurch etwas dunkler. Daher ist es beim Kino-Modus absolut Pflicht, absolut dunkel. Also da kann man nichts mehr dagegen sagen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, und das ist das wichtige Detail, ist, dass ihr hier an dieser Stelle die Einstellung, die ich jetzt für den Kino Home-Modus präsentiere, eins zu eins auch für den Kino-Modus verwenden könnt. Das sind die gleichen Einstellungen. Der Kino Home-Modus wendet das alles nur ein bisschen anders an. Der geht da noch ein bisschen mit dem Gamma und mit der Dynamik etwas anders um, hält das ein bisschen auf. Das ist in diesem Fall wichtig zu wissen. Also ihr könnt Kino als auch Kino Home genauso einstellen, wie ich es jetzt präsentiere. Gut, das auf jeden Fall dazu. Beginnen wir jetzt also mit den Einstellungen und beginnen jetzt hier wieder mit Format und hier Nutzerauswahl auf Original und Just-Scan auf Automatisch. Geht es weiter jetzt unter Erweiterter Einstellungen. Unter Helligkeit beginnen wir mit der Helligkeit der OLED-Pixel. Das ist ein HDR-Format. Wir brauchen hier die maximale Lichtleistung, um überhaupt den Dynamikumfang aufbauen zu können. Dementsprechend auf 100%. Wir müssen das Panel in dieser Stelle nicht mehr schonen. Das war früher mal der Fall. Bei ganz älteren OLED-TVs, dass der Verschleiß da höher war. Bei heutigen TVs, vor allem ab OLED-X oder WBE-Panels, ist das alles komplett nichtig. Machen wir weiter mit Kontrast. Hier auf 100%. Das ist klar. Das ist auch wichtig. Wir wollen einen klaren Unterschied zwischen Weiß und Schwarz haben, zwischen Dunkel und Hell. Dementsprechend müssen wir den Kontrast hier auf 100% setzen, sodass entsprechend dieser Kontrast auch aufgebaut wird. Also, dass Weiß entsprechend nach oben auslaufen kann, sodass wir dann auch diesen Unterschied sehen können. Dann geht es weiter mit Schwarzwert. Die sind natürlich auf 50%. Wir wollen kein zu tiefes Schwarz, als auch kein ausgewaschenes Schwarz. Daher ist es auch hier sehr wichtig, dass wir das auf 50 stellen. Setzt ihr das weiter höher, dann kann es sein, dass das Schwarz ausgewaschen ist. Setzt ihr das weiter runter, wird das Schwarz sehr tief. Es kann unter Umständen bei Dolby Vision sein, dass mit der Schwarzwertanstellung 50% die Kinobalken ein bisschen ausgekraut sind. Das ist soweit in Ordnung. Ihr könnt hier den Schwarzwert dann vielleicht auf 49 setzen. Damit werdet ihr die Bildqualität nicht schmälern. Weiter geht es mit automatisch dynamischer Kontrast. Den wollen wir natürlich deaktivieren. Der passt diese beiden Elemente hier automatisch an im Hintergrund. Also, die Gamma-Kurve wird da noch ein bisschen angepasst. Je nach Bild-Inhalt. Da kann der Fernseher mal falsche Entscheidungen treffen, wodurch dann durch die hier weiße Inhalte ausbrennen können, als auch Schwarzbereiche zu blass wirken können, also ausgewaschen wirken. Daher, das ist hier soweit die korrekte Einstellung. Automatisch dynamischer Kontrast auf Aus. Dann, größte Helligkeit. Der weiße Pixelbooster, der ist natürlich hier auf Hoch zu setzen, sodass wir natürlich dann das Lichtgebende Pixel entsprechend noch in Helligkeit verstärken, sodass natürlich ein höherer Kontrast entsteht zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Hell und Dunkel. Und dadurch haben wir einen besseren HDR-Effekt. Größte Helligkeit muss auf Hoch stehen. Gut. Weiter geht es mit dem Punkt, Gamma ist ausgegraut korrekt so, Videobereich ausgegraut ist auch korrekt so und automatische Helligkeitsregelung auf Aus. Selbstverständlich. Dann geht es weiter mit Farbe. Farbtiefe auf 50, Farbton auf 0. Jetzt sehen wir hier, dass der Farbumfang ausgegraut ist. Auch das ist soweit in Ordnung. Bitte bei der Farbtiefe. Bleibt er auf 50. Könnt vielleicht gegebenenfalls noch auf 55 gehen, im Dolby Vision Modus. AG oder TVs sind im Dolby Vision Modus gerne ein bisschen untersättigt nach dem Gefühl her. Ich habe mit 50 aber hier einen ganz guten Wert getroffen, und war damit eigentlich sehr zufrieden. Ist auch die korrekte Einstellung. Höher als 55 auf keinen Fall. Hier auch wieder möchte ich dieses Zitat bringen von einem treuen Zuschauer, dass wir hier natürlich Farbfernsehen haben wollen und kein bunt Fernsehen. Und das ist ein ganz wichtiger Fakt. Bunt, farbgesättigt gibt es in der Natur nicht. Es gibt nur natürliche Farben. Und die wollen wir natürlich. Und das geht hier mit der Farbtiefe Einstellung 50. Der Dolby Vision Modus ist auch 55 noch im grünen Bereich. Gut, weiter geht es dann mit Feilen Einstellungen. Auch diese natürlich selbstverständlich unter Farbanpassung auf Aus. Weißabgleich. Farbtemperatur habe ich mich hier für Farben 45 entschieden, da der LG TV hier die 6500 Kelvin trifft. Auch hier gilt, genauso wie bei den anderen Bildmodi, Farbtemperatur 0 ist tatsächlich komplett inkorrekt. Ich habe das früher auch nach einem subjektiven Empfinden so gemacht. Hab die TV zwar mit Warm 50 getestet, habe aber für mich zu Hause so eingestellt, Farbtemperatur 0. Ich fand es einfach geiler. Weil das Bild dadurch ein bisschen lebendiger, farbenfroher und dynamischer wirkte. Einfach viel zu subjektiv. Aber wenn man sich der ganzen Sache mal widmet und sagt, okay, man möchte die genaue Darstellung haben, eine genaue Hautfarbdarstellung, eine genaue Farbtemperatureinstellung und an sich bessere Farben, ist es unumgänglich, die 6500 Kelvin anzuvisieren und dementsprechend eine warme Farbtemperatur zu fahren. Denn nur mit einer warmen Farbtemperatureinstellung kann ein Fernsehtv, ist auch egal, welche Paneltechnik, die genaue Weißdarstellung liefern. Und mit Warm 45 bekommen wir das hier an dieser Stelle und gönnt euch das einfach mal. Schaut damit mal so zwei, drei Wochen und geht dann danach, also wirklich ohne dabei, das zu wechseln, wirklich zwei, drei Wochen mal nur mit Warm 45 oder 50 durchschauen und danach auf Farbtemperatur 0. Ich verspreche euch, ihr werdet Farbtemperatur 0 nie wieder haben wollen. Denn das Auge merkt irgendwann und auch das Gehirn merkt irgendwann, okay, das sind korrekte Farben, das gefällt mir, das ist sehr angenehm, das ist irgendwie wie zu Hause. Und werdet ihr feststellen, dass Farbtemperatur 0 total künstlich und falsch aussieht. Ich kann es verstehen, dass Farbtemperatur 0 besser aussieht, gefühlt. Ich kann das verstehen, wenn man es nicht anders gewohnt ist, aber es ist inkorrekt. Und ihr werdet mir danken, wenn ihr euch dazu entschieden habt, das zu wechseln, auf eine warme Farbtemperatur zu fahren und dann zu festzustellen, wie genau die Darstellung wird. Okay, weiter geht es mit dem Punkt Klarheit unter Schärfe anpassen. Natürlich wieder auf 0, wir wollen keine Doppelkonturen, wir wollen die Grundschärfe des Panels und der Quelle haben. Super Resolution, Rauschunterdrückung, Ampeg-Rauschunterdrückung und glatte Abstufung auch hier natürlich selbstverständlich wieder auf Aus. Das sind nur Verschlimmbesserer, die das Bild entweder zu weich zeichnen oder zu scharf nachzeichnen. Und zum Schluss natürlich die True Motion noch und das Präzisionsdetail. Beginnen wir mit der True Motion. Die Zwischenbildberechnung empfehle ich auch hier wieder zu entscheiden, entweder zwischen filmische Bewegung oder echtes Kino auf Ein. Je nachdem, was ihr wollt, je nachdem, was euch besser gefällt. Ihr könnt natürlich auch hier True Motion auf glatte Bewegung stellen, wenn ihr das allglatte Bild toll findet, ist das in Ordnung. Das wird euch die Bildqualität nicht zerstören. Es sei denn, ihr bekommt natürlich bei der glatten Bewegungseinstellung Artefakte in der Zwischenbildberechnung, also Artefakte im Bild. Das ist natürlich negativ. Meine Empfehlung ist hier, für schnellere Filme filmische Bewegung, für langsamere Filme echtes Kino auf Ein. Und zum Schluss Präzisionsdetail, Dolby Vision Precision Detail, Präzision Rendering, wie auch immer. Auf jeden Fall Dolby Vision Präzisionsdetail wollen wir hier natürlich aktivieren, sodass wir natürlich dementsprechend mehr Details in den dunklen Bildbereichen als auch in helleren Bildbereichen bekommen aufgrund des Dolby Vision Algorithmus. Eine sehr schöne Technik, die wirklich sehr viel Bildqualität und Kontrast aus dem Bild herausholt im Dolby Vision Betrieb und das wollen wir natürlich an dieser Stelle nicht messen. So, jetzt haben wir den Filmbereich abgearbeitet und machen jetzt weiter mit dem Gaming Bereich. Und hier habe ich eine Xbox Series S als Konsole genommen. Ich muss natürlich einiges mitnehmen für den Testbilder des TVs bei dem anderen Besitzer, also des AG G2s, ist es natürlich schwierig, jetzt eine Playstation 5, eine Xbox Series X, eine Nintendo Switch und was nicht alles oder einen Gaming PC am besten noch mitzuschleppen. Da habe ich mich für die Xbox Series S entschieden. Diese ist schön leicht und bietet alles, was ich brauche, um gute Bildeinstellungen vorzunehmen. Sei es für SDR, HDR, als auch Dolby Vision, auch Bildeinstellungen für die Nintendo Switch Konsole. Die Nintendo Switch Konsole wird im SDR Bereich natürlich abgearbeitet und dort habe ich die Bildeinstellungen auch daraufhin optimiert. Und wir beginnen jetzt mit dem Gaming HDR Einstellungen. Und jetzt ist es so, dass ich davon ausgehe, dass ihr jetzt ein Gerät verwendet, welches den Auto Low Latency Mode nutzt. Das heißt, diese Funktion sorgt dafür, dass der PC oder auch die Konsole den Fernseher anweist, automatisch in den Spiele-Modus zu wechseln. Solltet ihr jetzt eine Konsole verwenden oder den Auto Low Latency Mode deaktiviert haben, wird das nicht automatisch verwendet, wenn die Konsole das nicht unterstützt oder wie gesagt, es deaktiviert ist. Sollte das der Fall sein, müsst ihr jetzt in den Einstellungen unter Bild den Spiele-Optimierer aktivieren als auch unter Allgemein den Spiele-Optimierer aktivieren. Es gibt den Spiele-Optimierer-Bild-Modus als auch die Funktion Spiele-Optimierer, also das Menü-Spiel-Optimierer. So, wenn ihr das alles gemacht habt und dann die Zahnradtaste drückt, wird dieses futuristische Menü hier kommen. Das kommt automatisch, wenn ihr Auto Low Latency Mode aktiviert habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Gut, kommt das nicht, ist der Spiele-Optimierer nicht aktiviert. Wenn das jetzt soweit alles so ist, können wir jetzt hier unter dem Punkt Spiele-Optimierer in das Menü Spiele-Optimierer gehen. Das ist dieser bunte Spiele-Optimierer. Und dort stellen wir jetzt Spiele-Genre auf Standard. Dann OLED-Motion auf Aus. Das ist jetzt hier der Fall, weil ich hier den 120-Hertz-Signal dran liegen habe. Habt ihr jetzt ein 60-Hertz-Signal, kann das sein, dass das verfügbar ist. Ich empfehle es aber grundlegend zu deaktivieren. Dann weniger Blaulicht auf Aus. Darkroom-Modus auf Aus. Das ist etwas, wenn euch das Bild vielleicht zu hell ist, wenn ihr im dunklen Raum spielt und zu nah vor dem TV sitzt oder sehr nah davor sitzt, kann das eine Option sein, das Bild ein bisschen abzudunkeln. Grundlegend empfehle ich das aber zu deaktivieren. Dann verhindert Eingabeverzögerung Input-Lag. Das empfehle ich auf Boost einzustellen, wobei ich keinen Unterschied zwischen Standard und Boost festgestellt habe. Aber Boost sorgt dafür, dass die Framerate des Menüs heruntergesetzt wird und der Fernseher so viel Ressourcen einspart, um möglichst schnell das Eingangssignal zu verarbeiten. Das ist natürlich im Interesse jedes Gamers. Dementsprechend empfehle ich euch, euch das auf Boost einzustellen. Dann geht es weiter mit dem Punkt Spiele-Dashboard. Das könnt ihr aktivieren oder deaktivieren, wie ihr wollt. Wenn ihr das aktiviert, kommt ihr hier dieses schöne, wundervolle, futuristische Menü. Wenn ihr dies deaktiviert, ist das natürlich nicht der Fall. Dann VR-G-Sync aktivieren. Ein sehr, sehr wichtiger Fakt, vor allem auch für die Konsolenspieler, wird gerne mal falsch empfohlen. Wenn ihr VR aktiviert, habt ihr eine Spannung zwischen 20 bis 120 Hertz. Wenn ihr AMD Freezing Premium nutzt, reduziert ihr auf 48 bis 120 Hertz. Das ist natürlich auch für die Konsolen ein bisschen hinderlich. Also wenn ihr das nämlich jetzt hier so deaktiviert, also Freezing aus und VR an, wird die Spielkonsole Xbox Series X, Series S, also Playstation 5, nicht mehr den Zugriff auf Freezing haben, aber den Zugriff auf das offene HDMI VR. Und HDMI VR geht zwischen 20 bis 120 Hertz. Das heißt, ihr habt ein bisschen mehr Spanne. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich euch hier empfehle. Dann natürlich die Entgegennahme des Auto Low Latency Mode sollte natürlich auch aktiviert werden. Dann geht es weiter mit der Feineinstellung dunkler Bereiche. Das ist die Korrektur des Gamma-Fehlers bei einer aktivierten VR. Nicht zu verwechseln mit dem VR-Gamma-Flimmern, das ist noch ein anderer Fehler. Es gibt auch noch den Gamma-Bug, grundlegend bei einer VR-Wiedergabe, dass das Schwarzbereich zu aufgehellt ist. Ich empfehle euch hier eine Einstellung von minus 5. Das ist aber auch nur dann einzustellen, wenn ihr exakt die Einstellung übernehmt, die ich jetzt gleich folgend präsentieren werde. Gut, weiter geht es dann jetzt mit dem Schwarz-Stabilisator auf der Seite Bild. Jetzt erinnern wir uns gerade an meine Anmerkung bezüglich Feinanstaltung der dunklen Bildbereiche, dass das auf minus 5 eingestellt werden muss, wenn ihr das so einstellt, was ich jetzt hier vornehme. Und zwar den Schwarz-Stabilisator auf 12 und den Weiß-Stabilisator auf 12. Ist so, wie ich es jetzt festgestellt habe. Damit bekommen wir ein sehr gutes Detailbereich in den Weißbereichen und einen sehr guten Detailbereich in den Schwarzbereichen. Okay, dann Gamma auf 100 und Game-Kontrast auf 50. Dann geht es weiter mit Schärfe des Spiels anpassen, also die Schärfe-Einstellung auf 0. Wir wollen keine Doppelkonturen. Und die Game-Farbtiefe auf 50. Dann Dynamic-Tour-Mapping habe ich jetzt hier auf HGG gesetzt. Ja, und das solltet ihr auch machen. Mit der Einstellung Dynamic-Tour-Mapping wird das Bild erstmal aufgehälter wirken. Das ist richtig, aber mit der Einstellung HGG bekommt ihr die korrektere Darstellung. Jetzt wichtig zu wissen, wenn ihr diese Einstellung jetzt vorgenommen habt und dann hier HGG ausgewählt habt, müsst ihr bei eurer HDR-Konsole als auch eurem HDR-PC die HDR-Anpassung vornehmen. Das gibt es in dem Menü, da könnt ihr dann dieses Schachbrett-Muster, oder mit der Sonne bei der PlayStation 5, sodass man das noch gerade so sehen kann, diese Einstellung, da müsst ihr das auf jeden Fall durchführen, sodass ihr dann die genaue Darstellung bekommt. Ansonsten kann es sein, dass ihr Ausbrennen im Weißbereich bekommt. Okay, weiter geht's mit breitem Format. Hier natürlich selbstverständlich auf 16 zu 9. Gut, dann gehen wir noch in die erweiterte Bildeinstellung. Unter Helligkeit, Helligkeit der OLED-Pixel auf 100%. Wir sind im HDR-Betrieb, dementsprechend brauchen wir die maximale Lichtpower des Panels. Dynamic-Tour-Mapping haben wir ja gerade schon drangenommen. Gut, dann geht's weiter. Video-Bereiche auf automatisch, als auch die automatische Helligkeitsregelung auf aus. Weiter geht's noch unter dem Punkt Farbe. Farbtiefe ist jetzt hier ausgegraut. Das ist ja jetzt im Spiele-Optimierer. Das haben wir ja da unter Game-Farbtiefe eingestellt. Farbton auf 0, Farbumfang auf automatisch erkennen, sehr wichtig. Wir wollen natürlich auch hier den korrekten Farbraum ansprechen. Feinanstellung, Farbanpassung auf 0 und im Weißabgleich habe ich jetzt hier Farbtemperatur auf 0 gewählt. So, jetzt ist es ein ganz wichtiger Fakt, den ich euch hier auch noch mit auf den Weg geben möchte. Es wird immer mehr so sein, dass in der Zukunft Spiele, vor allem jetzt eigentlich, man kann schon fast in der Gegenwart sagen, Spiele auch auf 6500 Kelvin optimiert werden. Und eigentlich ist es jetzt hier korrekt, wenn man hier die Farbtemperatur auf Warm 50 stellt. Ich habe mich jetzt hier für Farbtemperatur 0 entschieden, weil ich weiß, dass es noch sehr viele Unterschiede da gibt. Ich empfehle euch, das mal auszuprobieren, was für euch besser gefällt. Farbtemperatur 0 oder Warm 50. Versucht es mal mit Warm 50 und da euch ein bisschen dran zu gewöhnen. Meine grundlegende Empfehlung ist jetzt erstmal noch Farbtemperatur 0. Das wird sich in den nächsten Jahren aber bei mir auch noch drastisch ändern, dass ich auch hier in der Zukunft Warm 50 empfehlen werde. Bei den LG OLED-TVs ab 2024, das heißt B4, C4 und G4, werde ich in den Bildeinstellungsvideos da auch schon Warm 50 und Warm 0, also Farbtemperatur 0, beides empfehlen und das auch noch gegenüberstellen. Hier bei dem G2 habe ich mich jetzt nochmal entschieden, Farbtemperatur 0 einzustellen, wobei es eigentlich auch korrekt wäre, oder hier schon Richtung Warm 50 zu gehen. Gut, und zum Schluss, Klarheit, Super Resolution, selbstverständlich. Auf, aus. Okay, das zum HDR-Gaming machen wir nun weiter mit dem Dolby Vision Gaming. So, Dolby Vision Gaming gibt es aktuell bei der Xbox Series X und Series S als auch jetzt beim Gaming-PC. Aber da müsst ihr darauf achten, dass das entsprechend unterstützt wird. Da ist es so ein bisschen das Ding, ich habe jetzt bei meinem LG G2 über dem Gaming-PC oder bei dem LG G2, sagen wir es so, kein Dolby Vision Modus über den PC reingekriegt. Das habe ich bis jetzt nur beim LG C4 und G4 ermöglicht bekommen. Ich empfehle euch das aber jetzt hier grundlegend auch für den Gaming-PC, wenn ihr die Möglichkeit da habt, irgendwie das auszugeben. Da habe ich jetzt in diesem Fall für den LG G2, da ich ja da auch nur zu Besuch war bei dem neuen Besitzer, nicht tiefer getestet. Daher setze ich Gaming-PC jetzt mal in Klammern. Grundlegend gelten diese Einstellungen natürlich für den Gaming-PC. Ich habe es natürlich optimiert für die Xbox Series X als auch Series S. Okay, wenn ihr prüfen wollt, ob jetzt ein Dolby Vision Gaming-Signal anliegt, werde ich das feststellen, indem das hier unter Einstellungen B geht, Dolby Vision Modus, Spieleoptimierer muss hier stehen. Dann habt ihr ein Dolby Vision Gaming-Signal. Okay, wenn das alles soweit passt, gehen wir natürlich jetzt hier wieder in dieses futuristische Menü. Wenn du auf die Zahnradtaste drückst, wird das erscheinen. Dann in den Spieleoptimierer und gehen jetzt hier Spiele-Genre-Auswahl auf Standard. OLED-Motion ist auch hier wieder ausgegraut, da es ein 120-Hertz-Signal ist. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es auch bei 60-Hertz Dolby Vision zur Verfügung steht. Grundlegend empfehle ich dies aber zu deaktivieren. Dann weniger Blaulicht auf Aus. Auf jeden Fall, ganz klar. Wir wollen natürlich hier an der Stelle es nicht zu warm werden lassen, das Bild. Das ist sehr wichtig, weil Dolby Vision ist schon sehr warm eingestellt. Ansonsten werdet ihr hier irgendwo bei 4000 Kelvin rumoperieren und dann sieht das Bild total gelblich aus. Dann ist es wirklich inkorrekt und das wollen wir nicht. Dann Darkroom-Modus. Empfehle ich auf Aus. Sitzt ihr aber sehr nah vor dem TV im abgedunkelten Raum und euch ist das wirklich zu hell, kann diese Funktion aber ein wahre Wunder bewirken. Verhindert Eingabeverzögerung ist hier in diesem Fall ausgegraut. Okay, weiter geht es dann mit dem Punkt Spiele-Dashboard. Das ist genau das gleiche, was wir hier auf HDR schon hatten. Das ist dieses schicke Menü hier vorne. Das ist das. Das könnt ihr da aktivieren oder deaktivieren, je nachdem wie ihr wollt. Dann VR-G-Sync. Das solltet ihr aktivieren und AMD Freezing Premium solltet ihr deaktivieren. Das hat den Hintergrund, vor allem bei der Xbox Series X und Series S, dass ihr dann auf das offene HDMI VR wechseln könnt und dann ist die Spanne zwischen 20 bis 120 Hertz. Bei AMD Freezing Premium ist die Spanne nur zwischen 48 bis 120 Hertz, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber bei Konsolenspielern ist es durchaus interessant, das zu wissen. Dann habt ihr nämlich auch unter 48 Hertz oder auch bei 30 Hertz spielen, also 30 FPS spielen, eine sehr, sehr flüssige Wiedergabe. Dementsprechend solltet ihr das so einstellen. Dann Auto Low Latency Mode und Entgegennahme natürlich aktivieren, sodass der Spieleoptimierer sich automatisch aktiviert, sobald ein Spielsignal anliegt. Sofern natürlich die Quelle das unterstützt. Die Xbox Series X, CSS und moderne Gaming-PCs unterstützen das. Dann Feineinstellung, dunkler Bereiche. Das hat auch hier genauso wie beim Hardware Gaming damit zu tun, dass es natürlich diesen VR-Gamma-Bug gibt. Nicht zu verwechseln mit dem VR-Gamma-Flimmern, das ist noch ein anderes Problem. Wir reden von dem VR-Gamma-Bug, das ist natürlich auch bei einer anliegenden VR so sein kann, dass Schwarz-Bereiche sehr hell ausgewaschen werden und mit der Feineinstellung dunkler Bereiche von minus 5 kann das herausgearbeitet werden, aber auch nur in Kombination mit den nachfolgenden Einstellungen, wenn die 1 zu 1 zu eingestellt werden kann. Ansonsten wird das Bild zu dunkel. Ganz, ganz wichtig. Okay. Das machen wir wie folgt und zwar unter dem Punkt Bild. Schwarz-Stabilisator auf 12 und Weiß-Stabilisator auf 12 habe ich genauso eingestellt wie beim HDR-Gaming. Damit habe ich sehr viele Details im hellen Bildbereich und gute Details im Schwarz-Bildbereich. Dann Game-Kontrast auf 100 und Game-Schwarzwert ebenfalls auf 50. Weiter geht es mit der Schärfe-Einstellung des Spiels. Das ist Bildschärfe, wenn man so will digitales Nachzeichnen entsprechend auf 0. Wir wollen keine Doppelkonturen und Game-Farbtiefe auf 50. Breiten Format auf 16 zu 9. Das ist auch hier in diesem Fall ein Fakt. Eine Konsole bringt immer ein festes Seitenverhältnis und moderne Konsolen haben immer 16 zu 9. Bildschirm-Position, das ist hier in diesem Fall ausgegraut und ist auch nicht so weiter wichtig für uns. Dann geht es weiter mit der erweiterten Bildeinstellung. Da gehen wir noch mal kurz durch. Unter dem Punkt Helligkeit, Helligkeit der OLED-Pixel, da es Dolby Vision auch ein HDR-Format ist, wollen wir das natürlich auf volle Pulle drehen, so dass wir einen richtig schönen HDR-Effekt bekommen. Die anderen Dinge sind ausgegraut beziehungsweise deswegen ausgegraut, weil sie in den Spiele-Optimierer ausgelagert wurden. Weiter geht es unter dem Punkt Farbe. Dann unter Farbtiefe, das wurde ausgegraut, Farbton auf 0. Farbumfang ist hier ebenfalls ausgegraut, das ist korrekt so, weil Dolby Vision das ganz klar vorgibt und dass das auch hier eine korrekte Darstellung gibt. Dann Feineinstellung, da gibt es die Farbanpassung, diese ebenfalls auf Aus. Dann Weißabgleich, hier Farbtemperatur, habe ich mich für die Farbtemperatur Warm45 entschieden. Dolby Vision Games sind grundlegend auf 6500 Kelvin optimiert und wenn ihr Dolby Vision Gaming verwendet, ist es Pflicht, hier eine warme Farbtemperatur zu fahren, um die korrekte Darstellung zu bekommen. Es sieht auch ganz ehrlich unglaublich geil aus, muss ich wirklich sagen. Also es hat fast schon einen cineastischen Effekt und dementsprechend empfehle ich euch hier grundsätzlich beim Dolby Vision Gaming auf Warm45 bis Warm50 zu gehen. In meinem Check hat der AGG zwar hier in dieser Stelle mit Warm45 6500 Kelvin getroffen. Weiter geht es jetzt mit dem Punkt Klarheit und hier ist es so, dass wir natürlich das Super Resolution ausschalten und hier unten haben wir, habe ich noch ein Foto geschossen, gibt es aber gar nichts. Okay, also Super Resolution hin dementsprechend auf Aus. So, damit haben wir jetzt das HDR Gaming effektiv abgearbeitet und machen jetzt weiter mit dem SDR Gaming. Und diese Bildeinstellungen, die ich euch jetzt präsentiere, sind optimiert für eine Nintendo Switch Konsole. Das heißt, die Xbox Series S, die ich jetzt hier verwendet habe, habe ich so eingestellt, dass sie ein Bildsignal ausgibt, als wäre es eine Nintendo Switch Konsole. Diese Einstellungen sind auch für andere SDR Konsolen und SDR Spiele schon optimiert, haben aber ihren Augenmerk auf die Nintendo Switch Konsole. Ganz, ganz wichtig. Bedeutet letztendlich, wenn euch für eine PlayStation 3 zum Beispiel oder Xbox 360 das Bild zu farbintensiv ist, dann könnt ihr an den entsprechenden Punkten wie Farbtiefe und so weiter die Farbsättigung rausnehmen. Das ist für euch in dem Fall vollkommen in Ordnung und werdet ihr auch die Bilddarstellung nicht mit zerstören. Für die Nintendo Switch Liebhaber und User sind diese Bilddarstellung aus meiner Sicht aber das absolute, der absolute Sweet Spot. Okay, beginnen wir also jetzt damit. Bei der Nintendo Switch ist es so, dass diese kein Auto Low Latency Mode unterstützt, was jetzt erstmal kein Beinbruch ist. Ihr müsst jetzt, um jetzt diese ganze Performance zu bekommen, erst einmal in den Bildeinstellungen, also Zahnradtaste drücken, Bild, entsprechend dann auf Bildmodus auswählen, dort den Spieleoptimierer. Dann geht ihr auf Allgemein, Spieleoptimierer, dann kommt dieses bunte Menü, diesen aktivieren, wenn er noch nicht aktiviert ist. Danach geht er wieder raus, drückt wieder auf der Zahnradtaste und dann bekommt ihr dieses wunderschöne futuristische Gaming-Dashboard. Und das wollen wir natürlich. Und da gehen wir jetzt hier in dem Punkt auf Spieleoptimierer und dann sind wir hier in diesem Menü. Und das ist so, wie wir es schon sehen, auf die Nintendo Switch optimiert, 60 FPS, keine VR. Spielejongel ist ausgegraut. So, das ist so ein Ding, habe ich auch schon im Discord einige Nachrichten bekommen, was ich mir selbst noch nicht ganz erklären kann. Es gibt manchmal die Situation, dass bei den NGO-Lit-TVs momentan der Fall ist, das Spielegenre ausgegraut ist, ohne dass es einen für mich logischen Grund hat. Wenn dies bei euch nicht ausgegraut ist, dann bitte auf Standard. Dann OLED-Motion auf Aus. Das ist ja auch hier an dieser Stelle ausgegraut, was mir nicht ganz im Kopf will. Normalerweise müsste es jetzt anliegen. Wenn es anliegt, bitte auf Ausschalten. Weniger Blaulicht auf Aus. Auch hier ganz wichtig. Auch wenn ihr sagt, okay, ihr habt vielleicht Kinder und ihr setzt die Kinder jetzt vor den TV und wollt mit Nintendo Switch spielen und denkt, okay, weniger Blaulicht ist gut für die Augen. Das ist etwas, was hier in diesem Fall bei OLED-TVs keine große Relevanz hat. Tatsächlich, weil OLED-TVs imitieren grundlegend schon sehr wenig Blaulicht, fast gar kein Blaulicht. Daher ist das Einstellen von weniger Blaulicht hier an dieser Stelle nur eine Verschlechterung der Bildqualität, hat aber keinen Benefit. Weiter geht es jetzt mit Darkroom-Modus. Das ist etwas, was ich euch selbst überlasse. Da ist es schon so, dass ihr da schon aufpassen müsst. Wenn jetzt zum Beispiel Kinder in diesem Fall den TV nutzen und das Bild ist sehr hell, das kann natürlich schon eine negative Auswirkung haben unter Umständen. Da kann es schon sein, dass es da vielleicht zu Ermüdungen kommen kann. Empfehle ich euch hier, wenn es zu hell ist, Darkroom-Modus zu aktivieren, aber wirklich auch nur dann, wenn in abgedunkelten Raum gespielt wird. Da kann es schon sehr schnell sein, dass das Bild sehr hell wirkt. Dementsprechend empfehle ich euch, das hier dann situationsabhängig zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die beste Bildqualität ist aber nur mit einem deaktivierten Darkroom-Modus möglich. Dann verhindert Eingabeverzögerung. Hier auf Boost. Das ist schon zu empfehlen. Mit der Einstellung setzt der TV die unnötige Bildberechnung sowieso aus, als auch das Einstellmenü wird in der Frame Rate reduziert. Das läuft nicht mehr mit 60 Bildern pro Sekunde, sondern wird reduziert auf 30 Bilder pro Sekunde, wodurch der Fernseher nicht mehr so viele Ressourcen verschwenden muss, um das Menü und so weiter zu berechnen und dementsprechend kann er einen niedrigen Input-Lag generieren. Ein sehr wichtiger Punkt sollte auf Boost eingestellt werden. Dann geht es weiter mit Spiele-Dashboard aktivieren. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist ja, wie gesagt, dieses wunderschöne Menü hier vorne. Das könnt ihr hier aktivieren oder deaktivieren. Das ist für euch überlassen. Dann VR G-Sync aktiviert. Habe ich jetzt hier absichtlich. Das ist nichts, was die Nintendo Switch irgendwie für sie relevant ist. Die unterstützt kein VR, kein G-Sync, kein Free-Sync. Vollkommen irrelevant. Aber es gibt natürlich auch SDR-Spiele vom PC als auch natürlich auch bei den modernen Konsolen. Und die aber VR unterstützen. Dementsprechend empfehle ich euch, das hier so einzustellen. Dann Out-to-Low-Ladies-Mode auch für die modernen Konsolen zu aktivieren, ist für Nintendo Switch-Besitzer nicht relevant. Feineinstellung, dunkler Bildbereiche ist auch für Nintendo Switch-Besitzer nicht relevant. Aber für die anderen Konsolen, PlayStation 5, Xbox Series X, da ist es schon wichtig, dass ihr diese Einstellung dann auf minus 5 stellt. Aber nur dann, wenn ihr eine Xbox Series X, also PlayStation 5 verwendet, als auch modernen Gaming-PC mit aktivierter VR und entsprechend in SDR. Dann ist das auf minus 5 zu stellen. Ansonsten bei Nintendo Switch-Besitzern als auch Besitzern älterer Konsolen, die keine VR unterstützen, muss dies auf 0 eingestellt werden. Okay, weiter geht es mit dem Punkt Bild. Dann haben wir hier Schwarz-Stabilisator auf 12 und Weiß-Stabilisator auf 13. Damit habe ich sehr viele Details im Schwarz-Bild-Bereich als auch im Weiß-Bild-Bereich herausarbeiten können. Dann Game-Kontrast auf 80, Game-Schwarz-Wert auf 50. Weiter geht es mit Schärfe des Spiels anpassen. Habe ich mich jetzt hier für 10 entschieden. Das mache ich bei Nintendo Switch-Konsolen durchaus gerne. Auch bei älteren Konsolen, dass man da so einen leichten Nachtschärfeffekt mit reinbringt, wirkt das Bild so ein bisschen kräftiger, knackiger. Empfehle ich nur in diesem Fall. Bei modernen Konsolen empfehle ich das grundsätzlich auf 0 zu setzen, also bei Ultra-HD-Konsolen. Game-Farbtiefe. Das ist jetzt der Punkt. Für Nintendo Switch-Besitzer empfehle ich diese Einstellung schon auf 60 zu setzen. Da hat man ein etwas kräftigeres Bild. Das sieht bei Nintendo-Spielen durchaus ganz knuffig aus. Bei anderen Konsolen, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360, Playstation 3, empfehle ich dies nicht. Es sei denn, es gefällt euch, aber eigentlich ist es von der genauen Darstellung weit entfernt. Empfehle ich euch dann dort eine Farbtiefe-Einstellung von 50. Bei Nintendo Switch-Konsolen empfehle ich hier eine Einstellung von 60. Breitenformat 16 zu 9. Okay, sonst zum Schluss gehen wir noch in die erweiterten Bildeinstellung unter Helligkeit. Helligkeit der OLED-Pixel. Habe ich mich jetzt hier für 75 entschieden, da solche Nintendo-Switch-Spiele durchaus beim hellen Raum genutzt werden, eher weniger im abgedunkelten Raum. Empfehle ich euch 75. Ist euch das Bild im abgedunkelten Raum zu hell, könnt ihr hier aber auch runtergehen, zum Beispiel auf 3045. Die anderen Dinge haben wir schon behandelt. Die sind ja in dem Spieloptimierer ausgewandert oder sind grundlegend nicht verfügbar. Gamma habe ich jetzt hier auf 2.2 gesetzt. Man könnte hier auch BT 1886 nehmen, wobei die meisten Spiele damit nicht so gut harmonieren. Ich empfehle da eher eine Einstellung von 2.2. Da bekommt man nämlich schöne Details auch noch in den Nahschwarzbereichen, wodurch das Bild ein bisschen tiefer wird. Okay, dann Video-Bereich auf automatisch. Automatische Helligkeitsregelung auf aus. Weiter geht es mit dem Punkt Farbe. Farbtiefe haben wir gerade schon behandelt, Farbton auf null. Jetzt geht es weiter mit dem Farbumfang ursprünglich. Auch etwas, was ja grundsätzlich hier eigentlich gar nichts zu suchen hat und auch für moderne Konsolen grundsätzlich nicht so einzustellen. Auch das ist etwas, was ich einfach nur für die Nintendo-Switch-Besitzer hier entsprechend einstelle. Und zwar spreize ich hier den Farbraum auf, um das Bild ein bisschen lebendiger wirken zu lassen, weil das bei Nintendo-Spielen einfach irgendwie geiler aussieht. Das bin ich ganz ehrlich. Genau ist es dadurch aber nicht. Es ist auch nicht korrekt, wenn man so will. Wenn man hier eine korrekte Darstellung haben will, ist Farbumfang-Einstellung auf automatisch Erkennen das absolute Must-Have. Vor allem für moderne Konsolen, PlayStation 5, Xbox Series X, als auch für den Gaming-PC in SDR ist es Pflicht, die Farbumfang-Einstellung hier auf automatisch Erkennen einzustellen. Okay, weiter geht es mit dem Punkt Feineinstellung habe ich auch wieder übersprungen, Farbanpassung hier auf Aus. Weißabgleich habe ich mich hier für die Farbtemperatureinstellung Warm 20 entschieden. Ja, das mache ich für die Nintendo-Switch-Spiele. Die sehen damit besser aus. Also ich habe das soweit immer festgestellt, dass Nintendo-Switch-Spiele wirklich mehr darauf optimiert sind, auf eine warme Farbtemperatur. Die sehen einfach wesentlich natürlicher aus, wenn wir eine warme Farbtemperatur nutzen. Spielt mal eine Runde Mario Kart 8 Deluxe oder Super Mario Odyssey oder Zelda Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom mit einer warmen Farbtemperatureinstellung. Ihr werdet sehen, oh wow, das sieht gar nicht mal verkehrt aus. Hauttöne sind schön, Farben sind sehr, sehr natürlich. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wenn der Farbumfang hier auf ursprünglich eingestellt ist und höhere Farbtiefe, kann das natürlich manchen Spielen zu gesättigt sein. Da könnt ihr auch ein bisschen runtergehen, aber grundlegend achtet mal so ein bisschen darauf, wie die Farben wirken. Das sieht wirklich sehr, sehr, sehr schick aus. Kann ich euch hier wärmstens empfehlen. Farbtemperatur Null Einstellung ist etwas, was ich hier eher so ein bisschen, ich sag mal, subjektiver halten würde. Okay, weiter geht es mit dem Punkt Klarheit und da habe ich ja hier, die Schärfer haben wir ja gerade schon im Spieleoptimierer angepasst und die anderen vier Verbrecher, die schalten wir hier selbstverständlich aus. Die erhöhen nur den Input-Lag und verschlechtern nur die Bildqualität, haben also effektiv keinen Mehrwert beim Gaming. Und zum Schluss haben wir hier unten letztendlich keine Zwischenbildberechnung mehr, wobei das kann unter Umständen bei der Nintendo Switch-Konsole noch zur Verfügung stehen, weil im Spieloptimierer sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Sollte das der Fall sein, ist es hier zwingend verpflichtet, dies zu deaktivieren, ansonsten erhöht ihr euch nur unnötig den Input-Lag. Ja, damit sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Und dieses Video dürfte wieder eine sehr ausgiebige Länge haben. Und auch hier möchte ich euch wirklich nochmal ganz, ganz gerne ans Herz legen. Schaut euch die einzelnen Kapitel wirklich von Anfang bis Ende an. Das ist etwas sehr Wichtiges. Ich bringe da wirklich sehr viele Details. Also wenn ihr hier am Punkt angekommen seid, euch das in Outro anzuschauen, dann habt ihr, glaube ich, auch soweit alles richtig gemacht. Jedenfalls. Möchte ich trotzdem hier noch auch nochmal zusätzlich sagen, dass diese Bildeinstellungen natürlich komplett meine persönlichen Einstellungen sind, die ich daraufhin optimiert habe, eine perfekte, genaue Einstellung zu liefern. Ihr müsst diese Einstellung für euch nicht übernehmen. Es ist für euch vollkommen frei überlassen. Ihr könnt diese Einstellung auch als Leitfaden nutzen. Ihr solltet nur wissen, wenn ihr die Einstellung für euch anpasst, dass ihr damit dann nicht die genaue Darstellung bekommt, die ich in einem Testvideo diagnostiziert habe. Okay. Wenn ihr dann also jetzt noch Fragen habt und euch die Kapitel auch wirklich angeschaut habt, dann könnt ihr diese natürlich jetzt gerne unten in die Kommentare schreiben. Da antworte ich selbstverständlich auch sehr gerne darauf und versuche euch mit Tat und Rat zur Seite zu stehen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Einstellen und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!